Okay, und da sind wir wieder zu Stardew Valley im zweiten Winter. Ich habe ein bisschen geguckt, wie wir weitermachen müssen wegen der ganzen goldenen Walnüsse. Wir brauchen uns generell, was auf Ginger Island so alles abgeht. Es ist einiges, was wir dabei haben müssen und vorbereiten müssen. Ähm, what is that? Was ist das? Ach, das ist der... Nee, hä? Excuse me? Ich habe irgendwas da abgestellt, aber was war das? Welkende Pflanze? Okay. Genau, ich wollte gucken, was mit den Junimo Huts ist, ne? Ich wollte nämlich gucken, dass wir hier... Ich wollte den ersten Tag dafür nutzen, dass wir die ganzen Junimo-Geschichten hier einigermaßen ordentlich platziert haben. So, was ich auch benötige. Sie müssen die, äh... Diese Pfanne... Hier, das Ding. Das müssen wir mitnehmen. Das brauchen wir auf Ginger Island. Wir kriegen einen... Eins von den Knochenstücken kriegen wir nur dadurch. So, was haben wir hier? Äh, pass auf, ihr kommt gerade mal mit. Die, nein, ist nicht erntebereit. Ich muss vielleicht auch noch auf den Dings gucken, auf den, äh, auf den... Auf den Kalender, wie es im Winter aussieht, an Sachen. Wir haben einige von den Schlacken. 100 Bits für die Chinchillas, danke schön. So, Krobus hat Geburtstag, das ist uns egal. Leines hat Geburtstag, das ist auch egal. Karen hat Geburtstag am 7. Das brauchen wir. Und Sebastian hat Geburtstag, das ist uns aber auch egal. Und Harvey, Harvey, das ist, äh... Sollten wir auch mitnehmen, ja. Leben vorm Land, irgendwas Interessantes. Baby braucht euch eine Krippe, sehr schön. Ich dachte, man kann das Baby einfach auf dem Boden schlafen lassen. 4, 5, 6, 7. Habe ich hier... Habe ich hier dumm geplant? Jetzt muss eins rüber. Ich würde sogar gerade sagen, so. Das Ding ist, wir haben keine Sternfrüchte gerade rumliegen, ne? Hi, Koldi, willkommen zum Stream. Wir haben keine Sternfrüchte gerade rumliegen, mit denen man noch ein paar von den Jonimo-Hütten bauen könnte. Das müssten wir also bei Gelegenheit noch tun. Aber ich hätte halt gerne, wenn wir hier dann nur noch die, äh... die nachwachsenden Pflanzen reinpacken. Das, ähm... Das hier, das, ähm... Da ist dann auch die Jonimos, das sich schön automatisiert drum kümmern und wir uns da gar nicht, äh, mehr drum kümmern müssen, was da alles abgeht. Ähm, pass auf. Wir benutzen ein Regentotem. Dann gehen wir zu Willy, kaufen mal eben noch ein paar Crab-Pots und mehr Köder. Ich hätte jetzt natürlich auch mal wieder das Pferd mitnehmen können, aber mach ich natürlich nicht. Aber wir können zu Harvey gehen bei der Gelegenheit. Oh, wir haben so viel Trüffelöl. Ja gut, wenn du so spontan Zeit hast. Ich meine, es ist ganz praktisch, wenn man keinen Termin braucht. Es gibt nicht so viel zu tun, aber die Zeit können wir auf Ginger Island verbringen. Oh, ich stelle gerade fest, ich glaube, ich war noch nie hinten in dem Bereich. Da müsste ich eigentlich auch rein dürfen, oder? Tatsache, ich war noch nie hier drin. So, irgendwas Interessantes vom Special Board. Ja, nee, nicht wirklich. Guck mal, also wehe, der zählt jetzt nicht als gefangen. Ja, danach kommt der Flusskrebs. Ich glaube, die Schnecke war im Fluss. Strandschnecke. Ja, die wird nicht im Fluss leben. Schattenlachs war im Hexensumpf. Das ist die Mutanten... Was war mit der Mutantenpäferhöhle? Hä? Und Piratenhöhle. Okay, da können wir noch nicht rein. So, pass auf. Hallo, Louis. Was mochtest du? Er hat ja auch die... die hohen Ansprüche. So, noch ein paar Krabbenreusen. So, dann kommen fünf in den Fluss. Elliot ist auf acht, interessiert uns also nicht mehr. So, jetzt müssen wir mal kurz... Wir gehen mal kurz zum Zauberer. Jetzt ist mein Kaffee schon wieder ausgelaufen. So, pass auf. Wenn wir ein Gebäude bewegen wollen. So, dann haben wir vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Finde ich alles schwierig, gerade abzuschätzen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Also, ich kann hier noch gar noch mehr Platz rein. Vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn. Machen wir mal so. Machen wir dann hier. Drei, sechs, sieben, zehn, dreizehn, vierzehn. Beziehungsweise, wir können es eigentlich sogar so machen, oder? Weil dann haben wir... Müsste passen, dann müssen wir hier noch einmal. Und gegebenenfalls dann irgendwann hier unten. Sternfruchtfasern, Stein. Ja, Sternfrucht ist halt das, was wir jetzt gerade nicht auf Tasche haben. Ähm, Moment. Wir können von hier aus teleportieren. Es gibt hier doch den einen Fisch, haben wir gerade festgestellt. Den sollten wir mal kurz holen. 31 Prozent Chance. Hallo? So, Schattenlachs. Verlassene Joja. Mensch, das können wir auch noch. Das ist auch, äh... Das brauchten wir sogar dafür. Krass. Ich hatte das irgendwie komplett verdrängt. Hallo, Linus. So, das ist morgen. Können wir uns hier um den einen Fisch. Müssen wir mal kurz gucken. Sturgeon war... Mountain Lake. Moment, hier ist das... Ich gehe zu selten zu Joja. Das muss sich echt mal irgendwann ändern mit einer Joja-Route, dass ich auch mal den Teil irgendwie bewusst wahrnehme. Also, dass es diesen Teil hier gibt, das vergesse ich sehr gerne. So, Wein, darum kümmern wir uns ja auch schon. Dann brauchen wir entweder fünf Ancient Fruits mit goldener Qualität oder einmal dieses Age-Row, was wir aber sowieso brauchen, wenn wir es verschiffen müssen. Also, kümmern wir uns so oder so mal drum. Winterwurzel... Brauchen wir ja nichts mehr. Aktuelle Aufgaben. Aktuelle Aufgaben. Stimmt. Jemand wollte einen Hummer haben. Gas. So, wir haben ja eh den Crab-Pod noch draußen. Also, von daher kriegen wir auch bestimmt nochmal einen Hummer für das Kochrezept. Wann macht, wann macht Star-Drop-Saloon auf? Okay, geht sogar schon. Okay. So, die Frage ist... Uh, Diamanten. So, hier. Brauchen wir den dann überhaupt noch? Ja, brauchen wir. Ähm, die Frage ist, wie sieht es bei uns aus mit, äh, mit Baumdünger? Fünf Faser und fünf Steine. Wir wollen Faser-Samen bei der Gelegenheit. Weil viel Sinnvolleres können wir im Moment nicht machen. Oder haben wir noch Baumdünger gehabt? Nee. Wir haben nicht mehr allzu viele Fasern. Faser-Samen waren mit wilden Samen und noch was. Wo waren die? Da, Faser-Nachgut, Harz, Lehm und gemischte Saat. So, Harz fehlt. So, wir packen das Hachz einmal hier rüber. Er hat eine Krähe verjagt. Wow. Wow. Gottverdammt, diese... Diese scheiß Rare-Cros. So, wie lange brauchen... Nee, warte, wie lange brauchen die hier? Sieben Tage. Ja, es kommt jetzt nicht drauf an, dass ich die nochmal gieße. Nur, dass jetzt manche natürlich schon gegossen sind und manche nicht. Das kann... Das ist, äh... Das kann mein OCD jetzt natürlich nicht ertragen. Und... Das kann... Das kann... Untertitelung des ZDF, 2020 So, das... Und dann verteilen wir noch ein bisschen Baumdünger. Ich meinte, da oben sind da Setzlinge für Magoni-Bäume. Ja... 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 14% Chance, sagst du, ich bin mal gespannt. Ich wollte es eigentlich heute noch zur Insel schaffen. Wir können ja jetzt da übernachten, von daher... Zwergwälz. Brauchen wir die für irgendwas? Nein. Doch, warum so zum Craften? Ne, brauchen wir nicht. Weil es steht nicht da, dass wir es noch zum Craften brauchen. Das war nur das Rezept. Ich muss mir echt merken, wie die Mods was anzeigt. Kann ich jetzt bitte mal meinen Stör haben? Das war's für heute. Hallo. So, jetzt du entkommst mir nicht, mein Freund. Ich will mal kurz wissen, was kostet ich das für... für Pam. Sie will ja Geld haben. 905... okay, sie braucht normales Holz. Kein Hartholz. So, mal gucken, was sagen die Sachen hier? Langdorch brauchen wir nicht. Forellenbarsch brauchen wir für... Ist aber jede Jahreszeit, kriegen wir jederzeit. Wenn wir es nicht schon zur Seite gelegt haben, ist also alles gut. Kaulbarsch ist okay. Wir brauchen nur den Stör halt für... für den Teich. Und wir kriegen den ja auch wieder. Also wir können den ja auch da wieder rausholen. So. Es ist so dunkel. So, zu Evelyn sollten wir vielleicht auch nochmal gehen. So. Du wolltest... die Kaktusfrucht. Vincent ist auf 10, kennt... mag auch die Kaktusfrucht. Aber auch nur mag, nicht liebt. So, das heißt, er ist jetzt auf 10. So, Jodie konnte... Warte, bei Jodie müssen wir den... Okay, sie hatte schon Geburtstag. Okay. Ja, ich... ich werfe grad unbedingt Jodie und Carolyn durcheinander. Mensch, Schnecken! So. So. Brauchen sie den... als Gourmetkoch. Und Vincent liebt es als Geschenk. Aber Vincent liebt nicht die... Muss man auch nicht verstehen, oder? Vincent liebt Schnecken als Geschenk. Aber nicht die Strandschnecke. Die darf es nicht sein. Jetzt erzählt mir nicht, der Junge wäre so wählerisch. So. Einfach mal... zwei Schnecken in den Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Also sowohl für den Inhalt des Kühlschranks als auch für die Schnecken. Kristallfrucht brauchen wir aber auch für nichts. So. Jetzt können wir mal kurz gucken. Wir müssen hier wieder zwei Einträge... Wirst du sogar drei... Hier. So, jetzt fehlt uns noch der Flusskrebs. Uns fehlt hier der Stachelrochen aus der Piratenhöhle. Was war die Mutantenkäferhöhle? Ist die auf der Insel? Warte. Newton Barclay. Oh, warte. Das ist da, wo der... Oder das ist da, wo wir zum... Ja. Wir sind ganz in der Nähe. Hier. Wenn wir in die Kanonisation gehen. Da waren wir letztes Mal drin. Wenn wir da angeln. Weil uns fehlen nur noch diese drei Sachen. Außerdem gibt's hier, ähm... Backmeat. In rauen Mengen. Was definitiv gut ist. Eigensuppe. Ist nur gemocht. Gemischte Saat. Ja, das war ein kurzes Leben. So, wir hätten gucken müssen, dass wir die Quest viel früher machen. Dass wir hier rein können, um Backmeat zu farmen. Ach, das war ein kurzes Leben. Vierst die Garten! Guck. 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 Hallo? So, eine Schleimmakrele. Magmagioden. Die geben uns jetzt eigentlich auch nichts mehr. So, benötigen wir nicht. Vielleicht bekommen wir auch jederzeit wieder, falls wir sie benötigen würden. So, dann auf zum Strand. So, ich kann es in deinen Augen sehen. Es gibt jemand Besonderen in deinem Herzen. So, das heißt, das Meerjungfrauenarmulett besitzen wir. Wir können jederzeit heiraten, wenn wir wollen. So, ich kann es in den Augen sehen. So, das kann hier rein. Hapfenüberraschung. Genau, Notenblöcke. Hier, die Dinger. Die brauchen wir. Fasern, Holz, Kupfer, Erz. Wie viele Fasern brauchen wir? 20. Ja, wir brauchen nur vier weitere. Also, das kaut mit den Fasern, die wir besitzen, genau hin. Hier brauchen wir Stechpalme noch. Nein. So, der Zwerg. Den haben wir schon wieder ganz vergessen. Boah. Spiel. So. Ad, Amethyst, Jade, Perle, Rubin. Haben wir jetzt wahrscheinlich alles nicht hier, ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Omnigionen. Liebt er aber auch. Wo ist jetzt mein Pferd hin? Oh, ich hab das Pferd vorhin stehen lassen. So, das nehmen wir auch mit. So, hier packen wir das rein. Die Schleimmakrele benötigen wir nicht. Das benötigen wir nicht. Das benötigen wir nicht. Aber die gemischten Samen behalten wir mal für Fasersamen. Hoch. Da lief doch grad was. Ich hab erst gesagt, wir hätten eine Cutscene getriggert. So, die Frage ist, fährt Willi uns so spät noch auf die Insel? Oder hat sein Shop schon zu? Ja, super. Wir hätten vor anderthalb Stunden schon hier sein müssen. Wenn ich immer versehentlich die Krabbenräuse aufsammeln würde, das wäre toll. Aber dann sind wir eigentlich kurz davor, alle Fische zu haben. Dann kriegen wir einen Star Drop. Wir kriegen einen noch, wenn wir geheiratet haben. Und dann nochmal ein bisschen hier Sam-Herzen sammeln. Dann müssten wir eigentlich... Haben wir vier oder fünf von den Star Drops? Doch, wir haben vier. Weil einen kriegen wir dann nämlich noch, wenn wir hier die Artefakte voll haben. Und dann habe ich eigentlich auch das Erste bei das Achievement, dass wir alle Star Drops besitzen. Weil ich habe jetzt jetzt auch immer nur vier geschafft. Dann schlafen wir alles, dann schlafen wir uns, dann schlafen wir alle. So, ich weiß bereits, wie man Schokoladentorte macht. So, wo ist dieses Deluxe Speed Grow? Geschwind wächst. Venusmuscheln und Kiefern-Tea. Warte, das können wir gleich craften. Dann verschwindet das auch aus der Liste. Wenn der Tag kommt, wenn jemand heiraten will, muss der Person an mehr Jungfrauen Amulett geben. Ja. Ich habe jetzt eins. Das erzählt es mir natürlich jetzt. Oh, ich glaube, er erzählt es mir nicht, weil ich das Amulett habe, sondern weil ich auf... Stufe 10. Ich treffe mich heute Abend nach so einem Untergang von meinem Haus... Was? Sam! Das kannst du doch nicht tun. Ich hatte Pläne für heute. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt zu dir kommen soll. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Sam. Das sind wahrscheinlich so 10 Herz-Cut-Zien. Aber die Frage ist, ist dem nicht theoretisch sogar egal, wann ich dazu komme. Okay, ich kann das machen, wann ich will. Gut. Gut, 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 gut. So, einmal was trinken ist, ist sehr wichtig. So, wir benötigen wieder... Hier. Wieso habe ich die Ancient Fruit da reingelegt? Habe ich mir dabei was gedacht? Ich meine, die habe ich jetzt zur Seite gelegt, damit wir, wenn wir die anderen... ...wenn die anderen vier haben, dass wir die dann abgeben können. Wir können mal gerade gucken, ob Ancient Fruit wieder ready ist beim Gewächshaus. Dann können wir vielleicht noch ein paar Samen mehr mitnehmen. Okay. 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 So, sind alle Fässer sich schön hier am Bewegen? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt zu dieses Wimmelbildspiel. 137 Gelee. 137 Gelee. 137 Gelee. 137 Gelee. 137 Gelee. 137 Gelee. Ich sollte vielleicht auch ins Gewächshaus gehen, wenn ich schon davon spreche. So, eine goldene. Gott, verdammt Pferd. Du kannst doch nicht einfach da stehen. Na komm, gib her. Acht Samen. Vorher hatten wir 15. Wie lange brauchen die? Ernte nach 28 Tagen. Warte, die wachsen aber... Okay, die wachsen das ganze Jahr über. Lohnt sich also eigentlich nur super late game, wenn du halt so viele hast, dass du die ganze Farm damit zupflanzen könntest. Und zwar zu Anfang eines Jahres. Das ist eigentlich, würde ich behaupten, in den normalen zwei Jahren nicht realistisch. So, warte dich. Ich nehm mich mal mit, einfach weil du selten bist. So. Normalerweise liegen ja immer 10.000 von den Muscheln rum. Aber wahrscheinlich genau jetzt nicht, wo ich eine mal brauchen würde. Natürlich nicht. Das wäre ja auch... Ähm, ja, ne? Das wäre zu Luxusgeschwindwachs. Eichenharz und Koralle. Das können wir aber auch gerade... gerade ablösen. Oh, ich verliere nicht gerade so viel Zeit. Oh, ich verliere nicht gerade so viel Zeit. So, Geschwindwachs und Luxusgeschwindwachs. So, ich glaube, die machen aber nichts für die Geschwindigkeit, wie oft mehrmals tragende Pflanzen erneut tragen. Und ich glaube, deswegen habe ich nämlich auch das Zeug nie benutzt. Also ja, es kann geil sein, weil du damit nochmal eine zu würzige Ernte innerhalb einer Jahreszeit kriegst. Aber darauf läuft es bei mir eigentlich nie hinaus. Pass auf, wir können nochmal gerade in Starfruits investieren. Weil ich gerade nicht weiß, wie es auf der Insel aussieht, ob ich da welche hinterlegt hatte. So, Kokosnüsse müsste ich eigentlich haben, sonst kriege ich sie auch jederzeit hier. So, nehme ich mal mit. So, und jetzt aber bitte ab auf die Ingwerinsel. Krani fragt sich, wo du warst. Ja, das hat doch gesehen, wo ich war. Er, sie, es. Dem Pferd ist ja kein Geschlecht zugewiesen. Ja, das ist ja kein Geschlecht. So, ich gehe mal mit. So, Artefacts Bot. Hallo Leo, wir hätten mal gucken sollen nach Entenfedern für den Jungen hier. Entschuldigung, ich bin heute schon... Er ist schon irgendwie Spirit Animal, also so ist es nicht. So, wie lange braucht das hier noch? Okay, das heißt, ich kann morgen hier neu pflanzen. Wobei, warte, ich kann ja auch hier. Hoch. So, pass auf, dann haben wir hier die Sternfrucht zu haben. Nicht Sternfrucht, ähm... Ancient Fruit. So, dann ist das nämlich auch geklärt. So, das ist auch gut. Und dann ist es ja gut, dass ich daran gedacht habe, dass wir nochmal Sternfrüchte holen. Was müssen jetzt die Samen? Wir müssen aber dann gegebenenfalls nochmal auf, äh... Nochmal auf die, äh... Nochmal auf die Farm, um die Sternfrüchte auch, äh... Zu Sternfrucht Wein zu machen. Ich will den... Ich will den Warp Totem haben. So, ernsthaft, ich weiß gerade nicht, was ich mit dem Ingwer soll. So, pass auf. Hier in dem einen Ding ist auch irgendwo... In einem von den Dingen, wo man hier fischen kann, ist noch, äh... Aber das ist, äh... Sternförmig. Okay, irgendwie weiß das Spiel gerade nicht, was es will. Hier, die Muscle Nodes. Die können... Goldene Walnüsse enthalten. Goldene Walnüsse enthalten. Vielen Dank. So, schade, dass wir das Pferd nicht hierhin mitnehmen können. Das wäre eigentlich perfekt für diesen Ort. So, da ist noch... Ich glaube, das haben wir nicht aufgeburdelt. Hallo. Und ich glaube, hier gibt es irgendwo noch eins. Was wir nicht aufgebuddelt haben. Pass auf, ich habe diverse Bilder geöffnet im Hintergrund. Deswegen muss ich mal kurz... So, die Muscle Notes. Ja, das habe ich ja jetzt raus. Beach Location. So, irgendwas mit vier... Mit vier Seesternen, die irgendwo liegen. Da. Habe ich hier gebuddelt. Nein. Dann ist das nämlich auch okay. Das Problem, du weißt halt irgendwann nicht mehr, wo du schon gebuddelt hast und wo nicht. So, wir können hier... Das ist auch so ein Ding. Du kannst hier noch langlaufen. Wie soll meine Bitte darauf kommen? Du darfst sonst nirgendwo langlaufen, wo irgendwie unwegsames Terrar ist. Aber das ist okay. 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 Gefühlt waren es vorher nicht... Waren es vorher irgendwie mehr. So, wo auch immer jetzt dieser... Dieser kleine Pool ist, der Seesternförmig war. Und dann bestimmt auch... Luego geht es jetzt noch... Im Moment. Geht's hier lang? Nein. So, war ich hier drin? Ja, war ich, weil hier sind die zwei. Das heißt, das kann ich auch zumachen. So, dann bei der Schmiede kann sein, dass ich da welche verpasst habe. Und ich will so oder so dahin, damit wir hier im Fluss sind wohl welche. Hallo, Leo. So, ich wusste doch mal, auf einen der Baubel musste man mit der Steinschreuder schießen. Okay, aber die beiden haben wir. Die beiden haben wir, okay. Dann wollen wir mal irgendwas enchanten. Wie wäre es mit der Hacke? So viele von denen hier. Und schnell. Bringt uns das was? Moment. Ich glaube, das ist nicht das, was ich haben will. Zwift. Ja, es ist einfach nur, dass es schneller ist. Hö, die. Archäologist wäre gut. Großzügig. Effizient. Archäologe. So. Das ist ein Win. Das heißt, wir sollten jetzt öfter Artefakte aus den Spots rauskriegen. Und da die Spots ja eigentlich das Limitierende sind, interessiert mich jetzt nicht so sehr, ob ich damit einen größeren Bereich oder so abdecken kann. Weil Zeit und Energie ist nicht das, was mich einschränkt. Äh, historischer Rückenwirbel. So, wir müssen gucken, ob hier Panning Spots erscheinen. Damit wir, ne, und so. So, und die Wirbel kommen hier als Trash raus. Wow. Spiel. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Wirbel überhaupt noch brauche. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob ich den forums trotz war. Ich weiß nicht mehr, ob ich den tijd. Also, ich weiß nicht mehr, ob ich den Lassen schregen. Also, ich weiß nicht mehr, ob ich den Spots schreibe. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Spots anschauen. Okay. Ich weiß halt beim besten Willen nicht mehr, ob wir die Sachen noch brauchen oder nicht. Oh, jetzt kriegen wir wohl wieder eine Walnuss raus. Das ist natürlich worth. So viel dazu. Er sagt aber gerade 100%. Also offenbar können wir noch welche hier rausbekommen. Versteigerte Wirbelsäule. So. So, ähm, hier. Tschüss, CD. So, du bist aber noch lange wach. So, das heißt, das haben wir jetzt auch. So, einmal zum Express. Ich gehe gerade voll den Umweg. Also pass auf, die Blötenlöcke brauchen wir auch noch nicht. So, ich gehe gerade voll den Umweg. So, ich gehe gerade voll. So, ich sehe mich. So, dann holen wir uns doch mal hier. So, dann holen wir uns doch mal hier. Wie läuft es? Ach ja, es ist Winter. Wir können heiraten, sobald wir möchten. Die Sternfruchternte kommt ins Rollen. Die kuralten Früchte kommen ins Rollen. Ich glaube, ich kann mich nicht beschweren. Einen müssen wir liefern. So, einmal trinken. Was ist denn mit der Krabbe? Krabbenkuchen? Öltierprodukt und Weizenmehl. Das Kochen muss ich mich eigentlich auch mal gezielt kümmern. So, denkt bitte mit dran, dass wir die Sternfrüchte mitnehmen, wenn wir ins Sterntautal zurückkehren. Wir benötigen sie dort. Wir benötigen sie dort. So, wir benutzen auch hier den Teil mit. So, das ist in drei Tagen soweit. So, zum siebten müssen wir eh zurück auf die Insel. Hier für Jodie und so. Nee, nee, Carolyn. So, ich sag die ganze Zeit, ich verwechsel die. Ich krieg die nicht, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein, wer wer ist. Winter vorbei? Nee, wir sind am Anfang vom Winter. So, und wir haben jetzt ziemlich genau 250 Sternfrüchte angepflanzt. Teleportturm, genau, für 20. Wir haben 14. Wir haben 14. Dann wollen wir doch mal schauen. Aber ich weiß grad beim besten Willen nicht, wo dieser Seesternförmige Pool ist. Boah, wir hätten die beim letzten Mal, ich hätte diese Panning Spots beim letzten Mal nicht ignorieren dürfen. Boah, jetzt krieg ich ja auch noch Lehm hinterher geschmissen. So, wir haben auch grade gar nicht genug Fasern für ne Juni, noch ein weiteres Junimo Haus. So, wir sehen uns die locks chamen in pillow. Wir sagen jetzt mal. So, ich werde diese Anahein lose. ähm sollten wollen halt so moment after the beach resort ist wild okay das bringt uns also auch noch nichts so 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 Schade. Okay, habe ich anscheinend schon. Das habe ich anscheinend schon gemacht. Von hier soll ich auch nochmal 5 reinpacken, aber das ist ja... Das verzögert ja nur, dass ich den Rest kriege. Das war's. Ach, ein Zahn? Benötigen wir auch noch? Ja. Ja. So, ich weiß halt leider echt nicht, welche von den ich schon habe. Also es gibt welche fürs Campen hier, es gibt welche fürs Graben hier, es gibt welche aus den Kisten. Ich habe mal aus den Kisten, habe ich noch nicht alle. Das Drachenzahn, Inselobelis, Banane, Iridiumbarren, Drachenzahn. Plus halt Unmengen an Geld. Meine, ein Bananenbaum ist schon gepflanzt, aber es dauert noch, bis der trägt. Also, ich weiß nicht, was ich noch nicht. Oh, prismatische Scherbe, sehr gut. Aber ich muss mich dran gewöhnen, dass die Slimes mir nichts tun. Warte. Hallo, eine golde Walnuss. So, mehr Schlacken-Scherben. Komm her, die Kills muss ich ja auch noch farmen. Na? Ja. Ja. so irgendwas von ihm genau das gibt das braucht die schon 100 schlacken scherben habe ich die dafür gespart ist ja eigentlich auch egal ist es ist nicht dass ich dass ich keine hp hätte also da ist mir lieber die verzauerten werkzeuge zu haben so 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 Mein Schalter. Und Kiste. Ich sage nichts gegen Kohle, aber ich hätte gerne mehr goldene Walnüsse. Oh hey, Geoden. Wie snacken wir uns doch mal? Wow, eine. Ich kriege im Moment, glaube ich, drei von den Dingern, wenn ich einfach nur die Würmer ausgrabe hier auf der Insel. Aber so ein extra Geodenspot, da gibt mir eine. Ist schon wieder 11 Uhr, Shit. Na gut, das Ende zu erreichen bringt jetzt auch nicht so viel. So, warte, Hartholz ziehe ich gerade hier nicht hier vor. Mit einer Chance, seltene Fische zu fangen. Das benötigen wir eigentlich nur während der einen Quest von Mr. Kree, würde ich mal behaupten. Können wir mal behalten. Warp-Totem. Wir suchen mal direkt eins, was zur Insel. Das wäre sogar sehr, sehr nice. Sandy liebt es. Wie sieht's... Sandy ist aber auf 10. So, weg damit. So, und damit sind wir wieder hier. Sind nicht so viel reicher mit den Walnüssen. Kann man bei der Ausgabenstätte gerade noch irgendwas sehen? Ne, doch, da ist ein Spot. Aber da kommen wir nicht hin, ne? Warum muss hier ein Spot an einem Ort sein, wo wir nicht rankommen? Ja, da kommen wir nicht hin. Passiert einfach manchmal. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Moment, was? Habe ich jetzt Hof gedrückt, oder bin ich jetzt woanders hin? Hier, man denkt nicht, dass man hier durch kann. Ich hoffe, mir ist das Wunder. Tschüss. Ich hoffe, dass du noch etwas tempsierst. Dann schauss ich miche. Ich hoffe, dass du nicht mit demожет. Ich hoffe, dass du nicht mit euch ziehst. Ich hoffe, dass du nicht mit euch Diabschמrieren hat. Ich hoffe, dass du nicht mit euch in der Arbeit bist. Ich hoffe, dass du nicht mit euch lighten warte, dass du nicht mit euch in der Arbeit bist. so es ist absolut erforderlich dass wir mehr walnüsse finden so goldene kokosnuss haben wir schon geangelt haben wir hi creative willkommen zum stream dass du guten morgen schreibst für heiß nichts gutes so banane haben wir noch nicht mal kurz kaffee und dann checken wir mal kurz den bananenbaum wo auch immer der ist ja danke klingt ein iridium barren fünffacher marktpreis wenn ich das nächste mal zu dir komme bringe ich den iridium barren mit aber wo ich den wo ich den warte du bist der mann jedes mango baum ist kein bananenbaum wir sind bei den bananen noch ewig weit weg ja bananen okay wir sind noch nicht einmal annähernd dabei bananen irgendwie zu kriegen island trader für fünf drachen zähne muss der wenn ich jetzt den island trader freischalte dann dann werfen wir uns ja wieder zurück abgesehen auf was ich nur drei drachen zähne gerade hier habe ich meine der bild 20 selbst wenn es nur 10 von den von den koko von den walnüssen sind hier wie viel bilder haben 10 das kann ich mir nicht leisten ich tue mich ja schon schwer die fünf zu finden damit ich da den rest kriege pass auf wir können am zweiten winter können wir die ernten und dann können wir mit dem warp totem zurück wenn wir es bis dahin haben dafür muss ich aber gucken was haben wir noch hit das wäre zumindest schon mal einer und wir können bei der gelegenheit den den papageien dort fragen weil dann kann er uns müssen schon mal einen bereich der insel vorgeben so leo kriegt kurz von uns eine entenfeder so was warst du eine tief im wasser also wahrscheinlich angeln das ist gerade 100 prozent chance auf eine goldene walnuss den schatz konnte er sich jetzt nicht mehr mitnehmen sein angelgerät ist kaputt so dann haben wir das auch nein es gibt uns jetzt einen neuen tipp ich habe das gefühl dass er nur einen tipp pro tag gibt ja super ergibt nur einen tipp pro tag weil alles andere wäre ja hilfreich hoch oh cutscene dann genießen an jemand besonderen denken ich würde sagen an jemand besonderen denken es ist wie hier nur kälter ich lebe auf einem hof ich glaube das findet er interessanter was spielt das für eine rolle boah das ist konzernt ape hat aber wirklich daran gedacht dass wir richtig bies zu ihm sein können wenn wir wollen okay wow ich sage zwei rechtschreibfehler in einem string das ist das ist natürlich schön willi stand jetzt natürlich die ganze zeit da verdeckt von dem baum aber hier für die total sichtbar hat alles gehört also verbunden hat super so Kein Panningspot. Ich übertreib's nicht creative, ich kann das nicht sehen. So, das mit den Muscheln ist natürlich jetzt auch total toll. Dass mich das ausbremst mit den Walnüssen. Sind hier keine Artefakt-Spots? Den haben wir. Wir können natürlich auch nochmal in den Vulkan gehen, wenn hier sonst nichts ist. Das Ding ist, mich interessieren halt eigentlich nur die paar Drops, die wirklich speziell dafür sind und halt die goldenen Walnüsse. Der Rest hier Vulkan-Dungeon interessiert mich aktuell nicht. Gut, ich meine die Monster-Kills-Farm ist jetzt auch nicht verkehrt. So habe ich nicht vorhin noch was zu essen gehabt, was es nur hier gibt? Und wissen Sie, was nur hier sinnvoll ist? Nein. Das Ding ist gratis. So, das kann weg, die Miesmusche kann weg. Ich sage ja nicht nein zu dem Stein, aber ich hätte halt viel lieber goldene Walnüsse. Und ich weiß halt nicht, ob es hier überhaupt noch welche gibt. Meine Schlackenscherben sind auch gut. Warte, wir haben Platz. Okay, am 38, das heißt, wenn wir zur Spitze kommen, können wir wahrscheinlich wieder zwei bis drei Verzauberungen durchführen. Okay. 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 Moment, hier ist noch ein Schalter. Moment. Essen. Da ist Iridium, für das ich zum Platz reserviert habe. Okay. 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 Wenn ich jetzt in einem Spiel bin, in dem praktisch alles perfekt ist, im Spiel, was extrem gut designt ist, wo ich richtig Bock drauf habe, dann gibt es dieses eine Feature, eine winzige Kleinigkeit. Es sind eigentlich immer die Kleinigkeiten, gerade wenn die Spiele wirklich perfekt designt sind. Je nachdem, wie nervig diese Kleinigkeiten sind, können das auch wir Breaker sein. Okay. Da. Ja. Jetzt ein Obst du hier. Aber jetzt wird es so gut. Oh, hallo! Oh, das ist auf jeden Fall eine potenzielle goldene Walnuss. So, scheiß auf die gemischte Saat. Ist zwar auch nice, aber die Fledermaus ist jetzt gerade mal wichtiger. Gibt uns zwar leider nur eine, aber dann haben wir das auch. Wow, what? Oh, das ist jetzt. Das war's für heute. Ja, aber nicht das Gefühl, dass in den Chests noch großgoldene Waldnisse drin sind. Moment, also es gibt Auto-Aim in Pikmin und das ist ein Problem wahrscheinlich, weil es oft daneben zielt. So, hier kann, glaube ich, nochmal eine Walnuss drin sein. Nein, das ist ein Ring. Ein Seelendieb-Ring. Wenig Energie, wenn du einen Monster tötest. Warte. Aber wir reden von Energie, nicht von Gesundheit. Energie ist halt total worthless. Keine Ahnung, warum ich das an diesem Punkt toll finden soll, dass ich das bekomme. So, 68 Schlackenschirmen. So, die Frage ist, was will ich als Verzauberung haben? Ich würde im Moment sagen, etwas verschwert. Weil ich habe alle Fische, die ich haben will. Ich habe die Hacke verzaubert. Ich habe die Hacke verzaubert. Die Spitzhacke kann mächtig. Mächtig oder Zwift wäre gut für die Spitzhacke. Okay, für die Werkzeuge ist das alles nicht mega spannend, to be honest. Ich habe die Hacke verzaubert. Ja, nein. Käferküller. Ja, kann ich mit Leben. Schnell. Ja, das ist auch okay. Ja, das ist okay. Also ob ich jetzt einen Schlag weniger brauche oder ob ich drei Schläge in der Zeit von Zweien schaffe, ist, glaube ich, kommt, glaube ich, aufs Gleiche raus. So, und wir können noch neun goldene Walnüsse hier rauskriegen. Aber uns fehlen im Moment gerade nur zwei. Gibt's hier nochmal irgendwas zum, äh, nochmal einen Panning-Spot? Nein, natürlich nicht. Hier geht langsam so ein bisschen die Geduld aus mit den, mit diesen Dingern. Dafür, dass es angeblich 130 gibt, ist das Spiel ziemlich sparsam damit. Und, äh, mehr und, äh, mehr und. Wollen wir mal kurz gucken, ist, hier, die Beine brauche ich noch, dafür muss ich diese Bone-Notes kaputt machen. Die spawnen halt mehr oder weniger regelmäßig. Dann Frosch und Federmaus haben wir. Artefakt-Spots, Fishing und Artefakt-Spots. Ja, dann ist es ja gut, dass wir die eine Verzauberung haben. Wow, wenn das mal nicht beeindruckende Einkünfte für den Tag waren. Ich habe hier gar keinen Fernseher. Wahrscheinlich habe ich wieder wichtige Sendungen verpasst und dadurch habe ich jetzt kein Dings. Wahrscheinlich wird mir am Ende wieder irgendein Rezept. Wahrscheinlich wird das dann der Grund sein, warum ich die Perfektion dann wahrscheinlich nicht komplett bis zum Ende verfolge, weil irgendwas in der Richtung ist. In 14 Tagen ausgewachsen. Das ist noch ein ganzer Stream! Na gut, ich meine, die schnellere Spitzhacke ist natürlich auch nice für Skull-Cavern-Runs. Warte, die Flunder muss weg. So, tschüss, heu! Was war hier? Achso! Achso, ja, okay, das ist, wenn ich dann die Sachen wachsen lasse. Ich glaube Banane, Zwiebel oder Knoblauch und Melone muss es sein. Wir müssen beim Nachtmarkt darauf achten, dass wir die Sachen einkaufen. So, bitte gib mir einen nützlichen Tipp. Hilf dem Mann im... Ja, super, ich kann ihm gerade nicht mehr helfen. Nee, warte, Melone, Weizen und dann, äh, Knoblauch. Die Quest haben wir schon gemacht. Also, jetzt geht's los. Beim Jambird-Schrein haben wir aber eigentlich schon... Also wir haben das Puzzle ja gelöst und das... Ich wäre überrascht, wenn wir die... LOL! Wie viele Leute haben das Ding im Stream gesehen und gesagt, warum sieht er das nicht? Niemand. Weil die Watts schon online sind und da hat niemand kommentiert, also... Ähm... So, Jambird-Puzzle haben wir. Harvest-Ding, ich glaube, das haben wir... Das haben wir, glaube ich, sogar schon. 15 mit dem Puzzle, ja gut, das ist gerade nicht in... Nicht... Kommt gerade nicht in die Tüte. Das Ding haben wir gefunden. Die Muscle-Nodes haben wir angefangen, aber es bringt halt nichts. Haben wir gemacht, haben wir gemacht. Ihr seht das natürlich jetzt nicht, aber ich muss hier gerade einfach auf die ganze Liste einmal durchgehen. Haben wir gemacht, haben wir gemacht. Da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, dass wir das gemacht haben. Warte, wir gucken mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das haben. Was haben wir hier? Wieso ist mir das nicht viel früher aufgefallen? Ja, damit haben wir zumindest schon mal das Warp-Totem. Das Warp-Totem ist gesichert. Die Frage ist, können wir den Island-Trader nochmal freischalten? Der wollte, glaube ich, 10 haben. Ich glaube, das ist nicht realistisch, dass wir nochmal 9 von den Dingern finden. Das Ding haben wir. Killing the Tiger Slime to yield after one walnut. Das haben wir auch schon gemacht. Hier der Maragoni-Baum. Den Kreis haben wir gerade gefunden. Simon Says ist da. Go East von the Tiger Slime Grove. Warte, das könnte sein, dass wir das noch nicht hatten. Ja, hier, guck mal. Ja, hier, guck mal. Haben wir das auch. To the East of the Pirates Express Station by the Farm. Ich muss gerade so ein bisschen an The Witness denken, weil man da ja auch irgendwann anfängt, einfach überall die Muster zu sehen. So, pass auf, hier waren wir schon, oder? Hier waren wir. Und ich glaube, da unten, den haben wir auch schon. Ja. Das heißt, der Bereich war es. Steinkreis. Kleine Passage. Gehen wir kurz zur Ausgrabungsstätte. Historische Rückenwirbel. Helfen die uns? Helfen die uns? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss ja gleich mal eine Steinkiste aufstellen. Und dann kommen da die ganzen Sachen rein. Hallo. Hey. Wer bist du denn? Hey, historische Rippe. Und ein Panning Spot, warte. Wow. Das ist nutzlos. Warte, als ob nichts davon... Hä? Das ist nicht mal das, was gesucht wird. Das irritiert mich halt auch so. Es überlappt sich so mit den Sachen, die für das Museum gebraucht werden. Das ist absolut schrecklich. Mensch, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay, die, aber wenigstens die. Ich wollte schon sagen, ich wäre enttäuscht, wenn ich die nicht gesehen habe. Sand von Unusual Texture. Hier. Boah, das... Also das ist... Also man... Ja, wenn man es sieht, sieht man es. Aber holy shit... Center of the Stone Circle. Center of the Stone Circle. Bei der Dick Side. Also normal ist das nicht, was hier jetzt hier gefordert wird. Ich meine, die Sachen sind jetzt... Ja, wenn man weiß, dass die Sachen da sind, ist es doch absolut logisch, dass sie da sind. Aber... So. Da waren wir schon. Auf der anderen Seite waren wir doch auch schon. Hier. Wo es hier durchging. Zu den Zweien. Genau. Field Office. Volcano Dungeon. Entrums. Find the Walnut. Entrums. Find the Walnut. Hidden by a Tree. Ja, das müssten wir eigentlich haben. Also ich wäre enttäuscht, wenn ich die nicht gesehen hätte. Ähm. Okay, also da ist es nicht. Walnut hidden by a Tree. Hier. Zercluded Bush haben wir. Ja. Das mit dem Weg nach Westen vom Volcano-Dention haben wir auch direkt zum Anfang gemacht. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ich meine, wir können es noch mal kurz nachchecken. Aber ich meine, das hätten wir als erstes gemacht. Ich kann auch nicht... Also ganz ehrlich, fünf Walnüsse... Ja, am Ende, wenn du hier alles andere hast. Aber sonst ist das höchstens für dich eine wert, weil... Die Brücke kostet mich keine Zeit. Also... Was ist der Sinn, dass ich das jetzt unbedingt... Also das ist ja keine Zeitersparnis. Hier. Warten wir. 25. Fünf müssten wir noch finden. So, bis zu 17 findet man im Vulkan-Dungeon. Fünf, indem man Steine zerstört. Das sollten wir eigentlich jetzt haben. Also außer es zählt nicht, wenn man es mit Bomben macht. Spini, denkst du, es ist schwer seine Switch zu ecken, das Spiel und zur Schreibung den Auto eben zu entfernen? Ich meine, wenn man schon auf Switch-Modding geht, dann gibt es das bestimmt. So, mehr ist dann auch in dem Bereich nicht zu machen. So, der Süden. Der Süden, der hier beteiligt ist irgendwie alles erst verfügbar, sobald das Resort gebaut ist. Das mich 20 kostet. Und mir 4, 9, 10, 11 neue gibt. Also das ist jetzt nicht so krass. Warte, was ist denn... Warum ist das liegen geblieben? Skelettschwanz. Wieso ist das liegen geblieben? Ich habe doch vorhin extra Platz gemacht. So, darf ich dich jetzt wenigstens abgeben? Nein! Dieses Spiel. Das kannst du doch nicht bringen. Hi, Leo. Ich bin heute traurig. Viel Spaß, lass mich traurig sein. Zehn Stück. Es ist verlockend, den freizuschalten, weil es helfen würde. Ähm, wenn wir den Eidentrader freischalten. Moment, wie können wir... Gibt's da irgendwas, was uns sofort 5 geben würde? Ich vermute nicht. Warp Totems. Goldene Kokosnüsse. Tropical TV. Banana Sapling. Das wäre hilfreich. Aber braucht mindestens mal ne ganze... ganze Saison. Warum will es 5 Drachenzähne haben? Mango Sätzen brauchen wir nicht. Haben wir schon. Zwei Rezepte, die uns aber auch jetzt nichts umbringen. Der... Nee, der... Der Island Trader bringt uns halt wirklich nur was für die Bananen. Und das ist gerade nicht, äh, das mega hilfreiche. Not gonna lie. Wir können auch mal ins Vulkan Dungeon gehen. Einfach auch für ein paar, äh, Schlacken-Scherben und so. Aber ansonsten, not gonna lie, gibt's gerade nicht so viel, was wir hier reißen können. Ich meine, wir können auch nochmal in die Schädelhöhle gehen. Soll ich mit der ganzen Ananas... Also ganz ehrlich, ich hab gar nicht den Platz, um die anzupflanzen. Alright. Seh ... Seh ... E again. Und meanwhile nicht bewirsa. Waseller Dir? Was Clicked. Ein Break� favorite, die Tschets vor sagen. Irgendwann. Als NG. Understanding. Und den nehmen wir mit. Ja, jetzt kriegen wir nochmal so eine Fledermaus. Jetzt, wo wir sie nicht mehr benötigen. Komm, jetzt kriege ich hier auch noch die Sachen für den Zwerg. Das ist auch interessant. Das ist auch interessant. Komm schon, jetzt tauch auf. Das ist auch interessant. 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 Das ist unbedingt怎麼 vor. Ansonsten weinen wir den Teleport-Totem ein. Sollte ich eigentlich mal anfangen, Sachen zu schreiben, die mit dem Stream zu tun haben? Ja. Hätte ich zumindest nichts gegen. Da ist ein Spot, da ist ein Spot. Bitte hab endlich das Teil. Das ist nur 20% Chance. Golderz. Das ist ja nicht mal so kacke, aber es ist halt... Aber in dem Punkt, wo du hier bist, ist Golderz halt auch absolut nicht mehr worth. Da müsste ich den Stream ja mitbekommen. Ja gut. Das ist ja nicht immer blöd, wenn die halbe Community den Stream gar nicht mitbekommt, ne? So, was für schwarze Magie beherrschen die, äh... Die Papageien eigentlich, dass sie einfach so ein Ding herzaubern. Es gibt irgendwie auch diese krassen Theorien, dass die Papageien eigentlich, äh, die Fäden hinter allem hier ziehen. Und sie eigentlich wollten, dass das, was wir jetzt tun, dass das eigentlich Leo machen sollte. Aber Leo hat dann angefangen, sich für ein Papageien zu halten und, äh... Das war eigentlich nicht das, was sie wollten. Also dazu muss man sagen, dass manche Papageien-Arten ja auch echt extrem smart sind. Die geile Papagei-Untergrund-Organisation. Gut, Rekon-Morti hat es mit den Eichhörnchen. So, Sternfruchtwein. So, heute Nacht werden wir wieder reich. Dann können wir vielleicht auch nochmal einen Inventar-Upgrade kaufen, weil langsam... Dafür, dass es eigentlich weniger werden sollte, was ich an verschiedenen Sachen in meinem Inventar haben muss... ...wird es, finde ich, nicht besser. Diese Geräusche Liebling Liebling Hier können wir arbeiten, anderslos und SAM-Her-Her-Her-Her-Her-Her-Her-Her. Word es dauert sechs tage ein Moment kannst du statt dem ganzen Alkohol eigentlich auch Grastee produzieren du kannst Tee produzieren das ist glaube ich sogar ziemlich profitabel also dafür dass es wohl relativ easy zu machen ist ist das wohl auch so eine Exploit-Strategie wenn du halt wirklich nur auf Geld gehst ganz am Anfang ich meine damit du damit irgendwie weit kommst musst du glaube ich sogar die Georgia-Route dann gehen weil du halt sonst nichts reigeschaltet kriegst aber wenn du Tee als Markenname für Gras akzeptieren willst dann wäre das okay das würde gehen so pass auf auf neun Sternfrüchte wir haben nicht genug Fasern ne ja das sind Fasernfarben warte wir müssen wir dürfen das Ding nicht vergessen nein es ist nicht so das Gras hier wie Tee wirkt aber es käme halt am nächsten ran wobei der Tee den Carolyn uns gegeben hat der war ja schon hatte schon ja was von dem Drogentrip also er weiß was da alles drin war Silber in vier Tagen okay also wir können bald so wir müssen zu Carolyn und dann haben wir Fasern was wollte Carolyn haben kam ja irgendwas was was für sie gut ist Fischtaco warte ein Fischtaco haben wir ha Pierre ich werde deine Frau heute glücklich machen also genau das was du nicht schaffst hi Kent hi Jodie warte für dich gar nicht einen Diamanten Opfern Sachen die kein Ehemann hören will ja gut mich interessiert jetzt zum Glück nicht was er will Frühling 26 ich werde ihm ein Geburtstagsgeschenk machen müssen damit wir den mal irgendwann auf 10 kriegen so Carolyn warte wo ist sie sie wird doch an ihrem Geburtstag nicht etwa auswärts unterwegs sein Jodie kennt Pierre Carolyn ist gerade oben unterwegs warte das brachte sie jetzt nur auf 6 nur 6 Herzen hä warum gab das denn jetzt so wenig oder war bin ich es einfach nur gewohnt was ich sonst Iridium Geschenke gebe ach Mensch du bist ja auch noch unterwegs in der USA in der japanischen Version von Pikmin 2 gab es im Spiel ein Kanna Blister zu finden in der europäischen Version wurde es zu einem A-Hornblatt oder ähnlichem geändert okay also wir müssen sowieso wir können sowieso Buckmeat hier farmen dann können wir auch bei der Gelegenheit äh Fasern farmen einfach maximaler Overkill hier gerade da wir jetzt doppelten Schaden gegen äh Käfer und so machen weil kriegen wir Fasern auch in der Schädelhöhle ich krieg's sind da waren da war da gestripp gewachsen ey Spiel ist doch nicht normal mal Okay, das ist gerade wirklich zwecklos. So, wir behalten ein bisschen was auf Tasche. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir machen ein bisschen was auf Tasche. So, wir machen ein bisschen was auf Tasche. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sind heute sehr glücklich, alles klar, ja, Schädelhöhle. Oh, wir können die Fasern ernten. Stimmt, wir haben sie am ersten Tag gepflanzt. So, ein Iridium-Barn. Ein Iridium-Barn. Ein Iridium-Barn. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das Salmon-Row gar nicht mehr. Das Salmon-Row gar nicht mehr. Was wir da unten... Oder das Sturgeon-Row, was wir da hatten. Ja, wir brauchen es zwar immer noch zum Verschiffen, aber... Mit einige Diamanten würden uns eher wie zu Hause fühlen. Ja. Warum auch immer die Fische Diamanten haben wollen. So, jetzt haben die... Hat dieser... Dieser Teich hat natürlich jetzt die ganzen letzten sieben Tage nichts getan. So, zwei Entenfedern. Kaktusfrucht, Diamant, Trüffelöl. Ja, wir brauchen das Inventar-Upgrade. Das geht nicht anders. Ja, wir brauchen das Inventar-Upgrade. Das geht nicht anders. Ja, guckt euch das an, wie voll unser Inventar ist. So, hier Solar-Essenz. Hier, Drachenzahn. Wir müssen ein Warp-Totem für die Insel sowieso selber herstellen. Ich weiß nicht, ob sich das heute überhaupt noch lohnt. Ich glaube, wir kommen jetzt auch gar nicht zum Zauberer, stelle ich fest. Doch, wir müssen zum Zauberer kommen, wenn wir über den Umweg gehen über das Hexenhaus. Ja, natürlich. Spiel, du kannst mir doch nicht so einen geilen Tag geben für die Schädelhöhle und dann sagen, nein. Ja, wir können trotzdem gehen, aber das ist kein Run dafür, dass ich eine von den Süßigkeiten investieren würde, to be honest. So, jetzt, wenn der Wein hier ist, haben wir alles fertig. War kurz weg. Was habe ich verpasst? Das ist, ähm, absolute Tragik. Wir können das Upgrade für unseren Rucksack heute nicht kaufen. Weil wegen des Events, äh, arbeiten die Leute alle heute nicht. Nein, Ewe, willkommen zum Stream. Ingwer, Ginger Ale, Zucker So, wir brauchen unbedingt mehr Platz Pass auf, wir benötigen eigentlich nie das Wir benötigen das Strandtotem nicht Wir benötigen das Wüstentotem heute Zum Hof kommen wir jetzt Sowieso von der Insel aus Problemlos Regentotem können wir auch hier lassen Das sind doch dumme NPCs, deren ganze Existenz ist doch Arbeit Ja eben Hast du nicht Buddy Simulator gespielt? Also ich hab's nicht selber gespielt, aber Ja Hab ich noch nicht Ja, das ist schon heftig Es hat was von Undertale, aber ein bisschen mehr in die Horror In die Horror-Richtung Einfach Drei Heu für eine Omnigiode Was stimmt denn nicht mit der Was hat die geraucht? Warte, wir können auch Wir können ja auch ins Casino Wenn wir schon nicht in die Schädelhöhle Keinen richtigen Run machen können Super Lehm Wir können ja Wir haben jetzt die Clubkarte fürs Casino Da waren wir noch gar nicht Er ist einfach explodiert So, Moment So Die Statistiken hier Meinen die ganzen Schritte Geschenke Hacke benutzt Recyclete, Müll, geschötete Monster Also Da beobachtet mich jemand Da ist dieses Hunkeln Jetzt habe ich die ausgeregt Er hat so ein bisschen was von Alfred Molina In seiner Rolle als Doc Ock So So, pass auf Was können wir Verbrannte Opfergabe Hyper 89 Aber irgendwas gab es doch auch hier Eine Rare Crawl gibt es hier Für 10.000 Ich glaube das hier ist kein richtiges Glücksspiel In dem Sinne Ich glaube Du hast relativ hohe Chance Deinen Einsatz zumindest wiederzubekommen Ok, aber ich kann es auch nicht manipulieren Wow Sehe ich da etwa Glücksspiel? Ja Ich bin jetzt unter die Gambling-Streamer gegangen Also Ok Das ist jetzt aber Ok Ich wollte schon sagen Ob wir jetzt viermal hintereinander Die gleiche Kombination kriegen Weißt du die Die ganze Verögerung von Pelican Town Ist einfach jetzt zu diesem blöden Festival gegangen Und ich bin hier in Las Vegas Kategorie auf Slots ändern Ja Müsste ich wahrscheinlich streng genommen Hier warst du 100 Münzen Ähm Ähm Ja Ach wie war das? Man muss glaube ich auf 21 kommen Noch eine Noch eine Ja 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 Das 21 ist das Was man kriegen darf Oh Oh, okay, das ist sehr gut. Kasino-Stream. Also ich würde mal überhaupt Kasino-Streams werden genau das Richtige. Also mit dem richtigen Sponsor. Okay, jetzt hat er mir aber einfach gerade ein gutes Blatt geschenkt. 21. Ja, hallo. Ist das nicht dein Scheißernst? Ja, okay, hier brauche ich jetzt gar nicht erst neu zu ziehen. Sag mal. Da soll der Shit. Meine ganzen Ersparnisse hier verzocken. Ich habe irgendwie ein Talent dafür. Ist es doppelt oder nichts? Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Lass mich nun einen Speicher neu laden. Nein. Was soll das bringen? Ich müsste den kompletten Tag Neues starten. Nein, stand. Ich kann es nicht jederzeit speichern. Ich kann auch nicht resetten. Beziehungsweise, ne, und so. By the way, neue Analysefolge auf Patreon verfügbar. Ja klar, kaum mache ich doppelten Einsatz, kriege ich natürlich die 22. Spiel! Okay, er hat einfach schon... So, boom, boom. Ha, 20. Komm, nach der Glitcher-Analyse auch noch eine über Underverse. Dafür müsste ich Underverse gesehen haben und vor allem halt auch appreciaten. Das ist Blödsinn, wenn ich da eine Analyse zu mache. Ja, natürlich. So, was gab es hier noch? Es gab hier noch hier einen Tisch. Ich habe tatsächlich noch nicht hier drin. Einsatz ist 1000 Münzen. So, wait. Okay, das ist schon mal doppelter Einsatz. Dreifacher Einsatz. Also ich glaube, die Slots hier sind, glaube ich, eigentlich ziemlich lukrativ. Okay. Huh? Ist einfach viel besser. Ja, du kannst dich halt ewig weit hochschaukeln und beim anderen hast du halt ein bisschen Strategie, die du anwenden kannst. Oder zumindest kalkuliertes Risiko. Aber hier habe ich das Gefühl, gehst du eigentlich immer mit einem Net-Positiv raus. Ich habe auch noch nicht viel davon gesehen, aber der prozentuale Anteil an Charakteren, die Sands sind, ist da deutlich höher als ein Glitchtail. So muss es besser sein. Oh, da machst du dich jetzt aber gerade unbeliebt bei mir. Also ganz ehrlich, die Leute, die am meisten an Sands hängen, sind die, die Sands am wenigsten kapiert haben. Ich habe heute erst wieder einen gelesen, der meinte so, ja, Sands ist ja egal, wenn du Papyrus tötest. Und ich bin so, er beurteilt dich viel härter, wenn du Papyrus tötest und sonst niemanden, als wenn du den gesamten Underground tötest und Papyrus leben lässt. So, was haben wir hier? Ah, okay, das ist auch wieder 21. Ja, klar, jetzt geht er die 21, ist klar. Ich habe das Gefühl, die Slots sind das Einzige, was wirklich UF ist. Aber jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass der Kartengeber cheatet. Das war risky. Ich feiere ihn am meisten, weil ich ihn verstanden habe. Ich hoffe, es ist mehr, wenn André etwas feiern, was er nicht ist. Ja, true. Es ist halt, es ist schlimm. Ich finde es übrigens toll, dass hier bei den Slots einfach keine Zeit ingame vergeht. Ach du Scheiße, ich dachte gerade vor dem Moment, wir kriegen den Jackpot. Also dieser Gambling-Stream hier könnte das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen. Ich glaube, dafür muss ich extra einen Zeitstempel machen. Ich dachte schon jetzt zweimal hintereinander 30-facher Einsatz. Okay, wow. Wow. Das ist, äh, das ist gut. So, Rare Crow acquired. So, den Rest benötigen werde ich nicht. Komm, wir machen eine Runde mit doppelt oder nichts. Und ich muss jetzt mal voran anfangen, wenn ich verliere. Oh. Natürlich. Oh, Creative, jetzt ist es aber mal da. Das ist ja immer nicht so empfindlich. Okay, das war jetzt aber gerade wirklich eine unwahrscheinliche Geschichte hier. Aber es ist halt Glücksspiel, ne? Okay, das war's. Wir gehen nochmal an die Slots. Die Slots sind das Beste. Change my mind. Ich kann einfach drücken, ich muss nicht denken und ich krieg net positive raus. Was eigentlich nicht die Botschaft sein sollte, die dieses Spiel senden sollte, aber es ist so. Oh, ich dachte schon gerade, wir kriegen den Jackpot. Kann der aber aufhören, den Jackpot hier die ganze Zeit zu teasen? Ich muss einfach drücken und muss nicht denken, das beschreibt uns das Problem in Pikmin 4 ganz gut. Jetzt aber ist irgendwie mein Glück gerade so ein bisschen versiegt hier. Ich meine, hier an dem Punkt bringt es mir auch eigentlich jetzt gar nicht her, weil es nichts mehr mit Keycoins gibt, was mich irgendwie interessiert. Aber ich will jetzt auch einmal irgendwie was Großes reinholen. So, 8000 ist okay. Warte, hab ich noch Kokosnüsse in der... Nein. Wait, aber Kokosnüsse haben wir gebraucht, um sie, glaube ich, gegen Goldene einzutauschen, ne? Oder sollte ich vielleicht doch welche mitnehmen? Oder soll ich陷�ern? Huh? Huh? Gut. Gut. Get's an investors. Gut. Als ob einfach gar nichts los ist. Sechs Ebenen. Na Moment, die bleiben. Ich habe jetzt gerade keine Dinger. Ich habe ja im Moment keine von den Schleuderbomben. Hasenpfote. Das sage ich nicht nein zu. Ich habe jetzt den Kumpel. Ich habe jetzt den Kumpel. Das sage ich nicht. Ich habe jetzt den Kumpel. prähistorische krippe prähistorische rückenwirbel aber die sind alle nicht nicht was ich suche ich habe mir einfach hinterher ich mag den ich finde das viel flüssiger mit hiermit dass ich jetzt 33 prozent schneller zuschlage also die animation ist aber auch viel flüssiger finde ich auch Untertitelung des ZDF, 2020 Mensch, Krattenkuchen! Mensch, Krattenkuchen! Mensch, Krattenkuchen! Kann jetzt mal was kommen? Hallo, Guys! Gib mir Omnigioden! Sagte, gib mir Omnigioden! Wo bist du hin? Wo bist du hin? Das ist eigentlich von den Superdingern, ne? Aber die droppt dafür sogar Iridium. Wo bist du hin? Gute Nacht, ihr Austria! Dank fürs Dabeisein! Oh, hallo! Oh! 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 automatischer greifer den können wir aber kaufen ich will den automatischen streichler haben mensch ne batterie so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geister sind heute gut drauf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. So, wir müssen gucken, dass wir dieses Mal auf jeden Fall Käse dabei haben, weil wir dürfen, wenn wir das super Bonbon essen, dürfen wir nichts anderes mehr essen. Auf der Grundlage, dass wir dann den Buff verlieren. Achtung! so es gibt aber doch es bringt auf zehn ja nice junimo hütte so das sind sechs neun zehn elf zwölf ja das genau das habe ich ein bisschen großzügiger geplant so jetzt haben wir vier von denen das heißt wenn wir jetzt demnächst hier dinger setzen dann können wir das eigentlich uns zurücklehnen und müssen nur gelegentlich mal in die in die bags schauen ja das probiert was du beschreibst creative das habe ich schon mit siedler also ja i'm used to it mein kanal sowieso eine absolute katastrophe in der hinsicht dass ich einfach schon zu viele verschiedene sachen gemacht habe aber wenn das mit projekt ag lg wirklich funktioniert am ende dann würde ich behaupten dass ich meine bring schuld für die siedler community endgültig erfüllt habe wenn man davon überhaupt sprechen kann jetzt ist hier wieder familien drama lassen sich hier kosten weil du mit der schule fertig bist ich will ja nichts sagen aber das gehört noch zu den elterlichen verpflichtungen zumindest nach deutschem recht aber gut sie hat grüne haare aber sie hat ein problem damit dass ihre tochter lila haare hat wow ist sie einsichtig ist jemand hier ja ich stand die ganze zeit im türrahmen boah leute jetzt verstecke ich mich hier so also manchmal kommt der farmer auch so ein bisschen rüber wie so ein stalker in der community ist glaube ich etwas aufdringlicher als die s4 leute ja gut kann sein weil ich nicht weiß ob ich sagen würde dass sie toxischer ist ich meine ich habe die ich habe gesehen wie krass die siedler community drauf sein kann so jetzt haben wir aber richtig schön platz hier ist es nicht schön 60 inventar slots so so tschüss grani ich muss dich verlassen warte neunter winter ist da nicht ist da nicht was die fallen dass ich jetzt das totem gebrastet habe neunter nie doch war das spring neunter ist nix am 10 hatte sebastian geburtstag aber das ist egal und am 14 müssen wir an harvey denken so magisches bonbon essen einfach jetzt einfach jetzt plus fünf glück beat so magisches bonbon essen verteidigung angriff minen arbeit ich finde alles mit dem angriff tut gar nicht so viel okay jetzt habe ich hier gut mit plus fünf lackbuff würde ich das auch erwarten aber na sieben ebenen hier 500 gold für den eridiumpilz ja er videre Das war's für heute. Das ist typische Hollywood-Schauspieler-Problem. Ja, es ist halt Typecasting. Wenn ich Glück habe, werde ich irgendwann nicht mehr Siedler 4 Typ sein, sondern der HGLG Typ sein. Ich dachte, wir wären damit durch. Es gibt durchaus noch Einzelspieler-Karten, so ist es nicht. Und ich möchte halt noch durchaus ein paar Longplays oder so machen, auch zu Siedler 3. Zumindest halt einmal die Kampagnen im Stream durchspielen. Oh, jetzt rieche ich aber gerade... Das ist halt der Nachteil, wenn du Platz im Momentar hast, du kriegst halt den ganzen Shit, der sonst liegen bleibt. Der kommt halt alles da mit. Der kommt alles da mit. Wauw! Also 130 hatten wir vorher, noch ist es nicht so mega beeindruckend. Achso, die bezog sich auf das Wing-Dings. Dunkler Cowboy-Hut. Ja, danke, Mr. Key. Alles klar, gute Nacht, Charmy. Okay. Okay. Ich glaube, wir werden sogar beide von den Rock-Candies brauchen. Also damit wir den gesamten Tag durch pushen können. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Äh, ein historisches Schienbein. Okay. 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 Great. Great. Okay. Great. Two-器 осв大家都 Kollegin, Gpr. Eine gute und zwei DOGS in sammeln. Auch gucken Sie just later. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Bonbon bis jetzt so krass hilfreich finde. Wenn du als universales Geschenk bist, ist das definitiv zu wertvoll. Also gerade war eine prismatische Scherbe und ich glaube, du brauchst ja auch nicht sogar drei prismatische Scherben, wenn du diese Magic Rock Candy selber craften willst. Okay, einfach mal okay, random Käferstick. Hallo prismatische Scherbe, ich hab vorhin schon überlegt, wann wir mal wieder eine finden. Moment, hier gibt es ihr Video. Hier gibt es ihr Video. Hier gibt es ein Video. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So. Kannst du mir bitte nicht die ganze Zeit auf die falsche Geschichte hier schlagen? Also ich beginne das Enchantment durchaus zu schätzen. So gerade in Kombination mit dem Napalmring. Hat das schon seine netten Side-Effekts? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben erstaunlich wenig Solaressenzen bekommen, aber gut, wir haben auch keine Mumien getötet Wow, zwei Löcher! Ja, wir dürfen uns aussuchen, wir fallen drei Ebenen, wow! Wir dürfen uns aussuchen, wir fallen diese Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf Weihnachter Quarz behalte ich mal. So, tschüss Gold. So, tschüss Bugmeat. So, ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt sind, wo es sich lohnt, Sternfruchtgelee zu machen. So, ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt sind, wo es sich lohnt. So, ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt sind, wo es sich lohnt. So, ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt sind, wo es sich lohnt, ich weiß nicht, ob wir an dem Punkt sind. ... in unseren Händen. So, das könnten wir ernten, wenn wir wollten. So, die Taro-Wurzeln waren zum Kochen, oder? So, die Taro-Wurzeln waren zum Kochen. So, die nehmen aber auch von gutem Preis. So, die Taro-Wurzeln waren zum Kochen. 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 Also Blaubeerwein ist halt eigentlich gar nicht mehr die Zeit wert. Ah, jetzt können wir das Können wir die irgendwo kaufen? Das ist die Frage. Pineapple Seeds. Okay, also wir müssen jetzt aufpucken, dass wir die Ananas behalten. Ich glaube, ich will die für den Sommer. Wobei es Sternenfrüchte natürlich noch mal besser sind. Das ist eigentlich, nee, das ist Blödsinn. Sich da die Mühe zu machen, wenn ich Sternenfrüchte einfach nehmen kann, oder? Bei Starfruit. Ja, Starfruit ist einfach trotzdem noch viel besser. Ich sage nur zwei ernten. Beziehungsweise drei mit Deluxe Beetro, was ich aber nicht machen werde. Okay. Warte, kann ich das Zeug irgendwo in guten Mengen kriegen? Aber der Aber der Base Preis ist einfach, also ja, für den Sommer ist Sternenfrüchte nach wie vor das Beste. Ich würde dann vielleicht gucken, dass ich uralte Früchte vorbereiten für den Frühling und zusammen mit Erdbeeren für den Herbst brauchen wir halt dann noch was. Aber was uralte Früchte angeht, ist halt erst mal E der die Ginger Island erst mal Rio Ich vor allem muss ich nehmen an der Kopter in Echt und verschenke ihn dein Creative Element. Das hättest du gerne, ne? Das hättest du 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 in es Wie war das mit der Sonne? Starfruit. War das mit Gelee nicht so worth? Wobei, Gelee ist nicht so kacke. Es ist zweimal noch tausend weniger, aber ich meine, dafür ist auch die Zeit viel geringer. Ich bin nicht so kacke. Hier habe ich mich nicht so kacke. Ich bin nicht so kacke. Parfumme Zurufe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Silber Morgen, okay Jetzt muss ich mal gerade gucken Deluxe Speed Grow Kann gekauft werden für 150G Oder donnerstags in der Oase für 80G Okay, das heißt wir müssen morgen in die Oase Und dann 1000 für 80.000, ja das geht Reliziere aus 3 Stunden Also 16.20 Was würdest du so mit dem Stab machen? Wahrscheinlich nichts, weil es wahrscheinlich dazu führen würde, dass ich ganz schnell ein Problem bekomme Die der Stab aber nicht mehr löst Falls du den Anime Code Gears gesehen hast Also die Macht Menschen zu kontrollieren alleine Ist auch nicht unbedingt Das ist auch nicht unbedingt unschlagbar So wie viele? Wir haben 48 Omnigioden Das sollten wir Demnächst mal Dann morgen umwandeln Rostiger Sporn Wie viel Shit hier liegt Alles ist okay Ja, ihr dürft euch ruhig mal vermehren Bitte sagt mir, dass ich nicht selber mehr Störe fangen muss Stadio Valley Ja okay, doch, das machen die selber Gut, mehr wollte ich auch gar nicht wissen Schneesüßkartoffel So, das ist halt das Problem im Winter Also im Winter kommst du schnell in die Situation, dass du nicht so richtig weißt, wie du die Zeit nutzen sollst Es ist eine Gelegenheit, all die Sachen zu erledigen, die sonst liegen bleiben Aber Ja So, pass auf Wir sammeln die Rare Crows mal gerade an den Junimo Huts So So, dann kannst du nämlich hier Weil hier kann sowieso nichts hin Wir machen das Ganze So haben wir noch irgendwo Rarcrows stehen. Wir haben noch ein Teleport-Totem hier. Noch mehr Teleport-Totems. Hab ich doch vorhin extra irgendwo reingelegt. Hab ich die vorhin reingelegt, verdammt. Hier. Weil ich nicht weiß, ob ich das Teleport-Totem zum Hof unbedingt benötige. So sieht wie es eumäßig aus. 814, sehr gut. So, wir können noch mal Iridium holen. Ich hab das Gefühl, wir kriegen auch aus der Mine nur gerade so genug Kohle, dass wir das auch alles verbrauchen können. Warte, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte in die Mine. So, wir machen noch mal zwei Schmelzöfen. So. In acht Stunden. Okay, das schaffen wir nicht. Okay. Ähm, wir gehen einmal zum Starjob-Saloon. Wir müssen die Kaffeesucht, ähm... Die muss gestillt werden. Geh rein. Geh rein. Ich wollte nicht mit dir sprechen. Ich tue den Leuten, die auf meinen Meppenarten das an, was Nintendo mir angetan hat. 2016 sagt sie, Pikmin 4 ist fast fertig und dann haben sie sich noch mal für sieben Jahre Zeit genommen. Will man Nintendo wirklich imitieren? Ich meine, sie haben Erfolg. Oh, stimmt. Die Katzchen gibt's ja auch noch. Für die Kaffeesucht. Dankeschön. Ich wollte alleine mit mir reden. Warum? Ich bin doch nur dein Boyfriend, der seit einer Woche nicht mit dir geredet hat und eigentlich immer nur kurz reinkommt, um die Kaktusfrucht zu bringen. Vielleicht haben wir uns immer ins Zimmer. Das ist ja auch so eine Szene, wo einige echt Probleme mit haben. Ist mich nur als ein Freund... Bro, ich hab dir schon den Dummstrauß gegeben. Okay, Jodie hält es nicht für nötig zu klopfen. Wow, sehr gutes Versteck. Merkwürdige Geräusche. Ja, total merkwürdige Geräusche, wenn zwei Leute miteinander reden. Okay, ja, sie weiß ganz genau, was hier los ist. Sie weiß genau, was hier los ist. Ah, jetzt lieg ich schon hier. Jetzt steh ich auch nicht auf. Willst du nicht vielleicht vorher die Tür zumachen? Nein, okay. Ich wusste schon immer, dass es schon was Besonderes gibt. Bro, nein. Du hast keinen einzigen Schritt selber gemacht. Ja, ähm, Leute sind ein bisschen offended über diese Szene. Dass man zwar schon in einer festen Beziehung ist und eigentlich ihn sogar schon heiraten könnte, aber auf der anderen Seite versteckt er einen vor der Mutter. Ne, wie so ein Teenie. Das Ding ist, ich sehe es halt aus dem Blickwinkel einer schwulen Beziehung und dann kann ich sogar noch irgendwie nachvollziehen, dass er einfach noch nicht so weit ist, dass er, ne? Für sein Coming Out. Und gerade, weil du ja im Stardew Valley so ein bisschen der Closet Key bist. Und einfach alle merken, dass es, dass es, dass es möglich wäre. Kannst du mich bitte nicht innerlich zum Weinen bringen. Warum? Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Minenarbeit, uh, ja, also das, äh, die Schälhöhle ist jetzt auch nicht so, also die ist, die hat, die ist durchaus profitabel. Also das kann man nicht anders sagen, wenn man es schafft, den ganzen, das ganze Iridium durchzuschmelzen. Energie-Tonicum. Danke, Pam. Nicht wegen dem, was du gesagt hast, aber wegen dem, was zu sehen war. Okay. 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 Oh, du hast ein Artefakt-Spot. Noch mehr gemischte Saat. Pam, willst du nicht mal deiner Arbeit nachgehen? Ah, stimmt. Wir können ja auch den Wein rausholen. Der Wein ist ready. Und Iridium-Käse. So, in 14 Tagen dauert das ja nur. Vielleicht soll ich doch mal in mehr Fässer investieren. Ja, die sind auch nicht gerade günstig. Aber dann können wir... So, auf die Weise könnte man die Zeit noch ein bisschen nutzen. Pam! Da bist du ja. So, Geiler und Patrick! Danke für den Raid! Hi, Ente! Willkommen zum Stream! So, wir haben den Speed. Sehr gut. So, Artefakt-Front. Moment. Eine will ich ja... Genau. Eine will ich ja behalten, damit der Slot belegt bleibt. 13. Es gibt, glaube ich, 5 Artefakte, die uns noch fehlen. Also, das wird nicht genügen, denke ich. Eins, zwei, drei... Ne, vier sind's. Ne, ich hab meine Zeit mehr, dass das reichen wird. So. So. Das ist dann für den Sommer. Das müssen wir uns natürlich merken, dass wir das im Sommer auch nutzen. Für die ultimative Sternfruchtproduktion. So, Clint. Ich benötige deine Dienste. Oh, nee, okay, haben wir nicht. Eine Perle. Immer ein universelles Geschenk. Ist immer gut. Okay, wir haben ein Artefakt, was, äh... Was wir noch nicht besaßen. Aber es sieht eher mau aus ansonsten. Jetzt kriegen wir sogar zweimal das gleiche, was wir vorher noch nicht hatten. Das ist immer mein Problem mit so Sammlungen. Am Ende ist es doch sehr zufällig, ob du die Sachen alle kriegst. Beziehungsweise schnell du die Sachen alle kriegst. So, mehr ist auch nicht zu machen hier. Ähm... So, der einzige Fisch, der uns jetzt noch fehlt, ist der... Ist, äh... Von Ginger Island in der Piratenhöhle. Ansonsten haben wir alles. Brauchen wir den Flusskrebs zum Kochen? Fischeintopf. Jo. Inselzutaten. Ananas. Ja, die müssten wir eigentlich abschließen. Aber dazu brauchen wir auf jeden Fall, äh... Mehr Ananas-Samen. Werden wir... Vermitteln. Musik Also, da kann man anfangen. Ihr könnt ihr überhaupt nicht untertitelung. Schauen, diese Sandmann. Zumalte Schienen. Schauen, siehst du dir. Möge, Schauen, hier sagte, hier. payweggegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegeggegegegegegegegegegegegegege … Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir haben 8 uhr alte Früchte Was auf eine muss ich sowieso liefern Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir sollen das Stream noch werden, bis einschließlich Tag 14. Das heißt, wir haben jetzt auch mal die Chance uns ein bisschen um Ananas zu kümmern. Bzw. auch nochmal hier die Muscle-Notes und so. Ich muss nicht das Resort als nächstes freischalten, nicht den Island-Trader. So, Ausgabungsstätte. Oh ja, so. Saaruk-Nolm. Super, absolut nichts Hilfreiches. Warte, da ist ein Spot. Genau, jetzt wo ich eben gerade... dieses Spiel. Was für ein Troll einfach. Warte, ich wollte... Ich wollte euch auch bei Pierre geguckt haben. Als ich das Brucksack-Upgrade geholt habe. Shit, ich wollte geguckt haben nach den Samen, die wir brauchen. Tagebuchfetzen. Tagebuchfetzen. Ja, super. Die haben wir schon. Geht nicht anders. Wir müssen zu Pierre. Ja. 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 Das war jetzt eigentlich total der Totem-Waste, den ich hier gemacht habe. Ja. Ja, das war jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben schon mal zumindest mit ein paar von denen Na Also dafür, dass Robin mir den kompletten Den kompletten Keller hier neu gemacht hat Sieht der Boden halt richtig scheiße aus Kann man nicht anders sagen Hmm Okay Das war's für heute. Was haben wir hier? Violetter Pilz. Sag's mir natürlich jetzt, wo ich so ein Ding nicht mehr habe. An die Lappen. Willkommen zum Stream. So, pass auf. Nee, er hat, er hat gerade keine, er hat, ich habe das Totem komplett gewastet gerade. Pass auf, ich muss einen, dann muss ich das Inseltotem sowieso craften. Hartholz, Drachenzahn und Ingwer. So, einmal muss ich sowieso craften, also kann ich's auch gerade machen. So, Ingwer. Okay, ich hab das Zeug sowieso alles zur Seite gelegt. So, dann hab ich aber bis jetzt auch noch nichts verpasst. Also, dann muss ich doch bis zum Nachtmarkt warten, bis wir die Chance bekommen. Warte, wir gucken kurz an der Ausgleichungsstelle vorbei. Bis wir die Chance bekommen, die, äh... Die drei Pflanzen zu setzen, die, äh, der, äh, eine Fie da haben will. Genau dann, wo ich ihn sehe, verschwindet der Spot wieder. Ja, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. So, Ananassahmen, brauchen 14 Tage. Ich glaube, damit fülle ich mal einfach das Gewächshaus. So, Ananassahmen, brauchen 14 Tage. So, ich habe jetzt die ganze Zeit die Ananassahmen hinterher geschmissen bekommen und weggeschmissen, weil ich nicht mit ihnen anzufangen wüsste. So, jetzt wo ich die Dinger haben will, wird das Spiel wahrscheinlich kaum welche geben. So, jetzt wird das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Mensch, wir könnten sogar überlegen, ob wir die Schuhe kaufen. Jetzt wusste ich gerade nicht, was wir aktuell noch verzaubern müssten, weil... Eigentlich hat jetzt alles, ne? Es gibt aktuell nichts, was wir verzaubern müssten. Ah! Ah! Oh! Ah! Oh, wow! Oh, долi! Oh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na komm So, ein Käse Und wir sind einfach wieder komplett geheilt So, ein Käse So, Schlackenscherben Hier, die, warte, die Tiger Slimes Die jobben die Ananas Slime, richtig? Ich hab die Dinger irgendwie nie zugeordnet Ich muss die eigentlich mal viel gezielter jagen So, ich hab die Dinger Barok Null. Also auf dem Tempo werden wir das mit dem Ananas-Samen nicht schaffen. Also dafür sind wir viel zu spät dran. Hätten Sie uns nicht nach Aro-Knollen fragen können? Am Ende ist das wahrscheinlich genau das Crafting-Rezept, was fehlt. Am Ende ist das Knollen. Ach warte, das Dungeon ist das gleiche, ne? Das bringt gar nichts. Ah warte, Pineapple Seeds. Seed-Maker, ja gut, das kriegen wir aber nicht, das hilft uns nicht. Tiger Slimes droppen sie. Und Magma Caps beim Island Trader, aber einzeln. Also das Spiel scheint irgendwie damit zu planen, dass du einfach so eine komplette Kultur davon ready hast. Aber ich habe auf Ginger Island keinen Platz. Und das Gewächshaus ist ja auch nur begrenzt. Ich weiß nicht, ob Stardew Valley Expanded da ein bisschen unter die Arme greifen würde. Wo man noch ein paar zusätzliche Orte bekommt, wo man alles anbauen kann. Habe ich Hartholz nicht? Nee, ich habe ja gecraftet, deswegen ist es gar nicht mehr fest. Okay. 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 ein länges ganz ehrlich ich habe die tage welche gefangen warum musst du mich jetzt wir müssen am nächsten tag auch auf jeden fall zur wüste und jede menge sternfruchtsamen kaufen planning spot warte weh du verschwindest voll derz natürlich geht ja nicht dass es irgendwie mal was sinnvolles ist wie zum beispiel das eine stück von dem skelett was ich haben will genau die lustforsi ist ganz ehrlich was soll ich damit wird man behaupten die quest schaffen wir nicht also nicht wenn ich hier jetzt ein wunder passiert und Das war's. Das war's für heute. So, mir habe ich gerade kein Glück mit den Slimes. Ich wage auch mal zu überhaupt nicht, dass es hier in der Mine keine goldenen Walnüsse mehr gibt. Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Da. Uh. Iridium. Iridium. Das war's für heute. Eine prismatische Scherbe, dazu sage ich nicht nein. Eine prismatische Scherbe. 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 Wait, hier geht's lang. Und da auf der anderen Seite ist der Schalter dafür. Das sind zu viele Fake-Schalter. Was soll das? Das kannst du doch nicht machen. Was soll das? Was soll das? Was soll das? So. So. Das hatte ich doch auch schon mal. Was soll das? 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 So, die nehmen wir mit? So, die nehmen wir mit. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? 记st du? Untertitelung des ZDF, 2020 Na komm Die ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, ich wollte zu Harvey, ich wollte in die Wüste, um nochmal Sternfruchtsamen zu holen, jetzt wo wir gerade fast Millionär sind. Na und ab morgen ist der Nachtmarkt. Ähm, pass auf, hat unser werter Freund Harvey irgendwelche Vorlieben? Nee, nichts, was, äh, jetzt auf die Schnelle in einer höheren Qualität bekämen. Äh, 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 äh. Äh, das ist das, was hier, ich wolltelex dobrzeθweise vonmpreину. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt noch die vier. Sandy-Wildzeug. Sandy-Wildzeug. Komm schon, Harvey, mach auf. Können wir ihn wecken, indem wir einfach hier die ganze Zeit mit dem Pferd hin und her galoppieren? Das muss doch Krach machen. So, wir müssen jetzt noch einmal mit ihm reden, dann ist er auch auf 8. So, Pam, du darfst dich gerne ein bisschen zügiger zum Bus bewegen. Einfach nichts von Belang hier. So, Sandy hat jetzt im Glück auch am Sonntag auf. So, eine Maske. So, irgendwas was wir hier, Rhabarber, Sternfrucht, rote Beete, haben wir eigentlich alles inzwischen? Wow. So, und schon sind wir wieder verarmt. So, ich will den Stream nicht mit einem zugemüllten Inventar beenden, to be honest. Deshalb gehen wir nicht in die Schädelhöhle. So, wie war's mit dem Seedmaker? Goldbarren brauchen wir und Kohle. Mehr 75 Kohle kaufen, pass auf. Wir haben hier doch noch Iridium. Wie sieht's Iridium-technisch aus mit dem, was wir momentan haben? Nicht viel. So, wir querfinanzieren das mal eben. Hm? Hm? So, pass auf, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Pass auf, wir haben auch nochmal die Chance hier Fasersamen zu pflanzen. Dann, wir fahren natürlich noch im Gegenstand im Dünkelmittel. Sollen wir das Ding mal holen? Weiß ich ja nicht. Was kostet sonst das Ding? Das ist eigentlich total günstig. Sollen wir das Ding mal holen? So, wir stellen mal gerade 5 von denen her. Ob wir sie nutzen ist fraglich. Aber wir müssen sie sowieso mindestens einmal craften. Dann... Wollte ich aber eigentlich... Ähm... Ja? Ich wollte den Seedmaker craften. Freutbaren. Ja? 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 Wir haben die Steinsgewinnere 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. So, dann machen wir vielleicht mal ein bisschen sauber hier mit den Bäumen. Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, waren hier oben auch Bäume? Ja, hier waren auch einige. So, waren hier oben auch Bäume? Ja, soviel dazu. So. 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 So.